Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik und womöglich gibt es einige unter euch, die wissen, dass ich den ersten Teil von Venom, sagen wir es positiv, nicht ganz so gut gefunden habe. Und für die gibt es gleich mal eine Entwarnung. Venom 2, Let There Be Carnage, ist besser als der erste Teil, aber er ist trotzdem scheiße. Warum, das sage ich euch jetzt. Eddie, wir sollten da draußen sein und böse Typen verschlängen. Ich bin ein Raubtier. Ich muss frei sein. Du musst deine Aggressionen in den Griff kriegen. Oder wir finden uns in der Area 51 wieder. Ja, so viel zum Trailer. Bei dem habe ich damals schon, als er rausgekommen ist, so minimalen Augenkrebs bekommen, weil ich dachte, wie viel da schon wieder passiert. Das ist mir alles schon wieder viel zu bunt. Ich glaube, um es einzuordnen, was ich generell von Venom oder dem ersten Teil vor allen Dingen halte, habe ich hier mal rausgesucht, denn 2018 habe ich diese Videos ja hier noch nicht gemacht, aber auf Letterboxd schon Kritiken geschrieben. Und zu Venom 1, dem ich da anderthalb Sterne gegeben habe, habe ich folgendes geschrieben. Venom ist seelenloser CGI-Blödsinn auf derart niedrigem Niveau, dass ich mich sogar mehrfach bei dem Gedanken ertappt habe, wie gut mir der Spawn-Film von 1997 im direkten Vergleich gefallen hat. Und das sagt eigentlich alles, was man zu Venom wissen muss. Ja, ihr seht, das hatte mir nicht ganz so gut gefallen und es hatte zwei konkrete Gründe. Der erste war Tom Hardy selbst, der ja die Figur Eddie Brock spielt, die dann von dem Alien-Symbionten Venom eingenommen wird. Und die beiden befanden sich in so einem stetigen Streit miteinander und das fand ich wirklich affig. Das hat mir leider überhaupt nicht gefallen, wie Tom Hardy das gespielt hat, sondern es hat mich wirklich eher erinnert an meine Zeit im Kindergarten, als wir im Kindergarten auch mal uns unsere Jacken umgedreht haben, um den Hals gebunden haben und dann Superheld gegen Superbösewisch gespielt haben. Für mich ist das wirklich alberner Quatsch gewesen. Und das vor allen Dingen von einem Schauspieler wie Tom Hardy hat mir nicht so gefallen. Der andere Punkt war immer dann, wenn Venom Action gezeigt hat, habe ich die einfach nicht erkannt. Das war unfassbares Pixelgegröße mit Figuren, die sich dann wieder mal umeinander geschlungen haben. Nichts hatte wirklich Gewicht, nichts hatte wirklich Konsequenz. Spannend war da gar nichts. Und Venom hat dadurch in den wichtigsten Punkten versagt. Die Action fand ich unspannend und die Figur, um die es eigentlich ging, die fand ich wahnsinnig unsympathisch. Da hat überhaupt nichts für mich gepasst. So, und jetzt der zweite Teil und der, man hat es schon im Titel verraten, hat einen neuen Bösewicht, nämlich Carnage. Das ist aber nicht der einzige Bösewicht. Es gibt noch einen zweiten. Ja, das ist ja auch immer Trend, warum nur sich mit einem Bösewicht abgeben, wenn man nicht auch gleich zwei reinschieben kann. Carnage hat noch eine Begleiterin gespielt von Naomi Harris namens Shriek. Und diese beiden, die haben wirklich Vietnam-Flashbacks ausgelöst bei mir, zurück an Batman Forever und Batman und Robin. Da wurde Batman ja plötzlich zu so einem richtigen Camp und Trash-Festival mit Bösewichten, die sich wie Tommy Lee Jones und Jim Carrey in Sätzen unterhalten haben. Da schlackern dir die Ohren. Das ist wirklich einfach nur Trash-Theater gewesen. Hier mal eine Kostprobe. Übrigens, das wird nie heilen, wenn du nicht aufhörst, daran herumzupulen. Oh, sei so nett und zeig uns, ob dein Blut grün ist. Ich glaube, du hast den Falschen im Weser. Ja, da fragt man sich wirklich so, wer hat Tommy Lee Jones dazu überredet? Das war schon die Zeit, nachdem er seinen Oscar bekommen hatte. Und ich fand noch mal schlimmer wurde es dann im Nachfolger, wo Mr. Freeze und Poison Ivy dann sich unterhalten haben. Joel Schumacher, der Regisseur dieser Filme, der hat sich inspirieren lassen bei dieser alten Batman-TV-Serie. Alles ist so ein Theater, alles ist so viel und laut und genau so ist dieser Film. Woody Harrelson und Naomi Harris spielen sich wirklich halb um den Verstand. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass in der Regie hinten niemand gesagt hat, weil beide, ey, reißt euch mal ein bisschen zusammen. Weswegen Woody Harrelson sich einen overactet, das glaubt man eigentlich kaum. Und ich finde, es ist immer wieder eine schöne Bestätigung. Du erkennst die wirklich miesen Blockbuster daran, dass die Bösewichte auffahren, bei denen böse zu sein wirklich bedeutet, dass du so ein bisschen düster guckst und dann so am besten auch noch so durch den Raum läufst. Und dann sagst du immer so, ich bin böse. Und ich verstehe das nicht. Warum kann man diese Bösewichte nicht einfach gut schreiben? So, dass sie eine vernünftige Motivation haben, dass sie vielleicht eine Backstory haben. Das hat doch schon in anderen Marvel-Filmen hervorragend funktioniert. Hier ist es wieder nur so, dass Woody Harrelson reinkommt, Naomi Harrelson ist daneben und beide sagen so, ha ha ha, jetzt werden wir aber so richtig aufräumen. Oh, apropos aufräumen, Entschuldigung. Das ist mir tatsächlich zu wenig als Charakterzeichen, denn viel mehr passiert vorher auch nicht mit dieser Figur. Woody Harrelson sitzt in einigen Szenen immer wieder da und wiederholt etwas, das ich in vielen Blockbustern zuletzt gesehen habe. Diesen Bösewicht-Moment, wo er in die Kamera guckt, zum Helden, sagt dann so pseudophilosophisches Zeug, das überhaupt keinen Sinn ergibt. Und tatsächlich gibt es im Moment eine Szene, da sagt Tom Hardys Charakter, was erzählst du da eigentlich für einen Scheiß? Und genau das ist es. Woody Harrelson sagt einfach nur Dinge in die Kamera, die ergeben gar keinen Sinn. Das Motiv dieses Bösewichts ergibt gar keinen Sinn. Der ist halt einfach nur irre und das ist es gewesen. Damit zerfällt Carnage für mich als Figur. Später, wenn er dann tatsächlich zu diesem Gegenspieler von Venom mutiert ist, dann wird da wieder diese ganz generische CGI-gegrößte Nummer daraus, wo sich dann zwei Monster kloppen. Der eine springt dahin, der andere springt dahin. Die Kamera kann dem Ganzen gerade so folgen. Das sieht zwar besser aus als am Vorgänger, weil Andy Serkis so ein bisschen Ahnung davon hat, wo so eine Kamera im digitalen Raum stehen muss. Aber trotzdem insgesamt, ich finde keinen Zugang zu diesen Action-Szenen, weil es gibt keine Spannung, es gibt kein aufbauendes Moment, es gibt keinen Spannungs-Release. Du hast nicht das Gefühl, dass da eine Situation entsteht, wo ich im Sitz sitze und mich festklammere, weil alles einfach nur hier ein bisschen Schleim, da eine Tentakel, dann ist wieder eine Explosion. Das ist einfach zu viel und es funktioniert einfach nicht auf einem Unterhaltungslevel. Und dann bleibt noch Tom Hardy, der wieder diese Venom-Nummer abzieht. Es gibt mehrere Szenen, da macht er sich Frühstück oder er unterhält sich mit sich selbst und dann unterhalten sich dabei darüber, dass man keine Gehirne fressen soll und dass Schokolade eigentlich nicht so ein geiler Satz ist. Das ist wirklich, als hätte man den ersten Teil genommen und ein paar Sätze, die da im Skript rausgestrichen wurden, einfach jetzt eingefügt. Da ist nichts Frisches dazugekommen. Man muss dazu sagen, dem Ganzen wird jetzt eine neue Ebene verpasst, weil sie so eine Art Buddy-Movie daraus machen wollten. Venom und Eddie Brock streiten sich und dann gibt es so eine Situation, die kennt man aus so Beziehungskomödien, die Beziehung zerbricht und dann müssen die beiden irgendwie wieder zusammenfinden. Und das wirkt wie ein Film, der in einen anderen Film hineingepresst wurde. Denn während das Ganze passiert, gibt es ja da diesen irren Killer, Woody Harrelsons Charakter beziehungsweise Carnage rennt durch die Gegend, tötet wahllos Leute. Das natürlich alles ohne Blut. Ja, dieser Film muss für das junge Publikum auch zugänglich sein. Deswegen wird hier immer wieder davon geredet, dass Köpfe abgebissen werden und dann werden sie halt nicht abgebissen. Ja, ich bin kein Fan davon, wenn man einfach nur Gewalt um den Gewalt willen irgendwo reinbringt. Aber so ein blutleerer, handzahmer Venom, irgendwie passt mir das nicht so ganz. Gerade wenn die ganze Zeit immer wieder angedeutet wird, dass es jeden Moment krasser werden könnte. Das heißt also, als Fan muss man sich fast so ein bisschen entscheiden. Und diejenigen, die sagen, ich finde dieses Gelenkel zwischen diesen beiden Figuren, zwischen Eddie Brock und Venom eigentlich gar nicht schlecht, die müssen sich damit abfinden, dass da immer wirklich ein ganz, ganz fieser, richtig schlechter Superschurkenfilm noch auf der anderen Seite läuft. Und die, die lieber mehr Carnage gesehen hätten, die müssen sich damit abfinden, dass immer wieder, wir schneiden dann immer wieder rüber zu Tom Hardy, der in seiner Wohnung sitzt und darüber diskutiert, warum da jetzt zwei Hühner durch die Wohnung laufen. Ich persönlich konnte darüber überhaupt nicht lachen. Das ist nicht mein Humor. Ich finde auch weiterhin, das wirkt einfach nur albern. Es gibt jede Menge Plotlöcher, wie Eddie Brock und Carnage zusammenfinden. Das macht meiner Ansicht nach überhaupt keinen Sinn. Es gibt noch einen Subplot mit seiner Ex-Freundin und einem Polizisten. Auch die werden halb gar angerissen. Also ich habe auch da das Gefühl, irgendjemand hat gesagt, ah, scheiße, wir haben ja noch diese Charaktere, mach die irgendwie rein. Und so fühlt es sich leider an. Das ist ein sehr unebenes Stück Film. Aber, das muss ich auch sagen, er hat mir minimal besser gefallen als der erste Teil. Denn irgendwann hatte ich so ein bisschen verstanden, wo wir die hinwollen. Der erste Teil wirkte einfach nur wie ein Film, den sie machen wollten und der ist dann schlecht geworden. Der hier wirkt wirklich so, als hätte jemand die alten Joel Schumacher-Batman-Filme gesehen. Also als hätte jemand gesagt, Batman und Robin, das kam bei den Leuten gut an, lass das einfach nochmal machen. Und ein bisschen aus dieser Perspektive betrachtet, macht dieses Trash-Theater dann schon was her. Also gerade Woody Harrelson und Naomi Harris zuzugucken, ich habe die ganze Zeit den Kopf geschüttelt. Aber man kann da auch Freude dabei haben. Das kann ich mir gut vorstellen. Ich gebe dem Film zwei von fünf Punkten. Denn mehr ist also wirklich auch hart an der Grenze. Ich wäre sonst normalerweise auch bei der Wertung des ersten Teils geblieben. Es ist nicht ganz so eine gequirlte Scheiße, aber es ist wirklich schlecht. Das muss ich sagen. Und das Ende macht tatsächlich Implikationen auf, wie es mit der Reihe weitergehen könnte. Das heißt, ich habe es leider noch nicht überstanden mit Venom und allem, was dazugehört. Ich würde nur gerne mal einen Venom-Film sehen, der diese Figur und alles darum herum wirklich ernst nimmt. Ich habe damals noch die alte Spider-Man-TV-Serie gesehen. Und die beiden Figuren, Venom und Carnage, als Gegenspieler von Spider-Man, das war furchterregend. Das war wirklich beängstigend zum Teil. Und das haben wir nicht bekommen. Und dieser Teil, Let There Be Carnage, geht noch ein Stück weiter von dieser Formel weg. Deswegen, ich bin sehr unzufrieden. Aber vielleicht seht ihr das ja anders. Deswegen könnt ihr natürlich trotzdem ins Kino gehen. Nächsten Donnerstag kommt das Ding auch bei uns hier. Und wir sehen uns davor aber auch nochmal wieder. Denn nächste Woche startet auch noch Halloween. Und dafür habe ich für euch am Montag ein Essay. Ist das was Schönes? Macht's gut, bis denn. Tschüss.